In Berlin gibt es am großen Stern einen einbeinigen Jongleur. Das ist Next Level Shit, Freunde. Da jonglierten ein... Ich würde dem Geld geben dafür, dass der steht. Ich sitze im Taxi, da sitzt ein einbeiniger, jongliert fünf Keulen und hat ein Dings auf der Nase noch. Ich würde mal gucken, ob der Taxifahrer reagiert, aber der hat null reagiert. Was hätte der denn für Sie noch machen müssen, wenn der Fußball gespielt hätte? Ich würde mal gucken, ob der Fußball gespielt hätte.